Sie waren ein gern gesehenes Duo auf YouTube, Joey's Jungle und Dylan White. Die beiden erfreuten ihre Zuschauer vor allem durch ihre humorvollen Challenges und Testvideos. Doch auf einmal hörten die gemeinsamen Uploads auf ihren Kanälen auf. Fans zeigten sich irritiert. So wurde immer wieder auf ihren Social Media Kanälen nach dem jeweils anderen Influencer gefragt. Dylan und Joey haben sich nie zu der Situation geäußert. Doch nun dürfen sich die Fans über eine Reunion freuen. Die beiden sind zusammen mit Joes Schwester Emily in Berlin auf einer Filmpremiere. Dort schauen sie sich den neuen Marvel-Film Ant-Man and the Wasp – Quantumania an. In ihren Storys wurde der gemeinsame Abend für ihre Fans festgehalten. Bei diesem Anblick dürfte sich der ein oder andere Follower sicherlich gefreut haben. Untertitelung des ZDF für funk, 2017